So, um den Champion kümmer ich mich im Moment ein bisschen weniger. Zu viel anderer kleinen Schiss. Ja, wollte ich gerade sagen. Mach ich auch gerade. Ach, da ist er der Champion. Nee, direkt vor ihm möchte ich nicht stehen. So, ich muss mich mal anders hinstellen. So. So, wir haben ihn aber gleich. Oh, irgendwas sorgt gerade bei mir für ziemlich schaden. Ich bin down. Achtung, ich komme gleich. Ich blieb gerade wieder hier ein. Ja. Der lebt wieder. So, du bist da. Ja, ich lebe auch wieder. Und der nächste. So, der Champion sollte gleich da. Oh, Ruhe. In der Mitte. Ah, ich bin gleich wieder. So, hier ist es gewesen. Kleinen Schiss hier wegmachen. So, ich glaube, ich habe die Truhe bekommen. Ich weiß es nicht mehr. Ich sehe gerade nichts. Dein Lager wieder voll? Inventar? Bestimmt. Das sowieso. Holztruhe. So. Oh, nee. Den kann ich jetzt... Ja, Hilfe. Den kann ich jetzt nicht mehr helfen. Okay, also die täglichen Tötungen, ja, das wird kein Problem. Gestern war unterschiedliche Tötungen. Wie sollst du das in diesem Turm machen? Deswegen habe ich sie gestern nicht geschafft. Genau, hier ist schon mal die erste Ebene. Und hier habe ich den gestern angesprochen mit Zurückkreisen am Ziel. Also nicht drücken. Ja, so, ich sollte mich eben reparieren und einmal... Schrott verkaufen, genau. Genau, hier interagieren. Warte, hier ist doch ein... Da vor dir ist der Amboss, genau. Ja, ja, den will ich eigentlich. Okay. Und das ist anscheinend schon. So, Schrott verkaufen. Kurzer Blick ins Inventar. Kommt ja nicht so häufig dazu. Das ist Mühe. Das vielleicht nicht. Das kann ich einlagern. So. Geht's weiter? Krass gelagert, jo. Okay, dann geht's hier weiter. Nächste Ebene. Ich bin ein Stückchen hinter dir. Gleich da. Da. Genau, hier kommt das jetzt... Oh, Spinnnetz. Oh ja. So, die haben wir. Okay. Ja, vier von fünf Dailies hab ich fertig. Das geht ja schnell. Ja, mir fehlt eigentlich nur noch Sammler. Sammler, fehlt mir auch nur noch. So viel ist ja nicht zu sammeln. So, irgendwie sieht's aus, als wären wir doch wenig Leute. Aber der Rest ist, glaub ich, schon bei da vorne. Ja, ich glaub, die gehen jetzt... So, was sollen wir hier denn machen? Ach, hier, guck mal, hier, hier, ja. Oh, guck mal, hier. Ja. Ich glaub, hier lang. Oh, hier, komm mal, hier geht's weiter. Wo ist ja man mit dem Stern? Wo ist ja man mit dem Stern? Das erste Netz sollten wir gleich haben. Oh, 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 oh. Aua, 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 aua. Alles ist angedeckt. Laufen einige an Veteranen rum. Ja. Oh, unbedingt wieder heilen. Ich würde ja auch Leute gerne wiederbeleben, aber ich bin selbst gerade draufgegangen. Oh, sehe ich gerade nicht. Komm. Okay. Jo, danke. So. Ah, schon wieder. Was zum Teufel macht dir so einen Schaden? Jo, danke sehr. Ja, doch. Hier kriegt man die Leute wieder. So. Du willst doch nicht abhauen. Bleib hier. Zack. Hab dich. So, laufen die weiter? Oh, genau. Dann sind wir jetzt beim Kupfer 16. Nee, am nächsten. So. Au, 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 au. Oh, hier ist einfach viel zu viel los. Ah, hinten steht irgendwo eine Elite. Oh, hier ist ein Elite. Irgendwie gemein, alle auf ihn, aber. Ja. Wenn er eine Elite sein will, ne? Dann muss er das auch aushalten. Ja. So, und irgendwo ist hier doch noch einer. Hier, hier, um die Ecke. Ah, ja. Okay, gut. Gut. Oh, jetzt bin ich in der Mauer. Ah, hilf ich mir in der Mauer fest. Viel zu viele Gegner. Das ist einfach. Letztendlich sind das auch alles unsere Leute. Ich kann es ja nicht unterscheiden. Gut, dass es kein Friendly Fire gibt. Das wäre ein Guild Wars so tödlich. Oh, ja. Oh, ja. So, weiter geht's. Kommst bis Schmidt? Ja, da. Okay. Da hinten ist tatsächlich ein Karma-Händler. Ja. Die Panzer. So, alle Leute. Eil auf ihn. So. So. hieß ich bin königin genau so und da genau das sind ihre eier schließen sie beschließt die welche ein und die beschwörten das ist ja super so Oh, bis jetzt leuchtet sie auch. Ganz gut. Ouch, ouch, ouch. Nein! Okay, hier sterben mir zu viele Leute. Das ist nicht gut. Ich lebe wieder. Ja, das ist gut. Ich war gerade auf dem Weg. Oh, da ist einer. Oh, die ist ja gleich dauernd. Äh, mal wieder so ein blöder... Okay, mein Bär macht hier Sinn. Er löst diese ganzen Mieden drumherum aus. Ah, komm, wir haben dich doch gleich. Juhu, so. Gibt es auch nur eine schicke Truhe hier? Ouch. Oh, oh, oh. Aua. Leute wiederbeleben. Nee, Truhe gab es nicht, ne? Nee, glaub nicht. Es gab hier nur... ...was zum Aufsammeln, diese toxischen Dinger. So, gut. Ich weiß nicht, ob hier noch was gibt's. Nee, hier gibt's nichts. Oder? Nö, sieht nicht danach aus. Können wir jemanden wiederbeleben? So, dann zurück, oder was? Genau, ich glaub jetzt nach oben. Okay. Oh. Nee, ich glaub, der liegt oben. Da liegt er. Wie kommt er denn da hin? Aha. Runtergefallen, ja? Runtergefallen, ja. So, hier ist nächste Felix. So, bei dem können wir zurückreisen. Und da... Okay, dann rein. Genau. Oder Kammer. Jetzt ist er hier. Okay. 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 Okay.